Und herzlich Willkommen bei den Challenger XD Tag it live, die Motivation voll raus zu hören, was genau, Nico 002, Pille 011 und dem der Warenlippe. Stellen Sprengungen來ten auf der Seite resecht hat sich zehn Prozent Klingonisch an Klaketipp so Prozent Prozent ja ich hab erst noch 5 5 Blasch und nicht auf 9 das ist aufnehmen konnten hier war ich hab gleich das vierte Nanos aber schwer zufrieden gar nichts verdient hat Nanos da war schwer er hat und das ist wieder angeschlossen das ist wieder angeschlossen jetzt bräuchten auch bräuchten wird und ich habe ja den habe ich dir zugeworfen das wäre auch echt cool wenn der Heide bleibt ich würde ihn jetzt wieder anzauern für die Quereinsteiger unter uns, unter euch unsere gute warte Lippe hat gerade erst mal unsere ganze Versorgung wieder gemacht Snowball, man hat sich so unmittellegend verstanden denn ja aber ich muss mich gar nicht bestanden denn halt ist noch alles Heide nein bitte du musst dann stehen noch und muss dazwischen MV Prozent NLV Transformator machen Lowei 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 Umwandler Aire jemand Klee für mich der ist immer noch so viel er war ein das ist eine spinne Kreise der Montag an an unserem Job auch noch eine die Wochen Eisen und Redstone ich brauche Eisen und Redstone dann ist nun wir haben so richtig über mehr du musst nur Prozent Elektronik für Nenst es machen ja ich wollte gerade das machen uns hat keinen wie in Forge Eisenberg mit und er wird so ich kann wenn ich nicht einmal meinen schlauen Rucksack gucken da habe ich aber nichts drin Rade schaden es gibt in den Händlern was passiert was passiert er hat so was wir geschmissen exakt durch das noch was offenbar direkt in den Keller führt ganz weit weg wow mir hätte wie ein Arsch geschossen so und das Viertel-Nano-Sauberschwert ich habe jetzt den Bogen bekommen dadurch hätte ich gefreut die uns vorliegen es regnet oder es regnet ja über den Teich den wir da haben jetzt weiß ich wieder was ich machen wollte hihihi Pause Nier doch nicht und oder oder nicht diese Blöcke außen gekostet also wie viel Redstone welche da an der Wand ging welche am Rand an der Wand was so um die Kosten neun Redstone was was oder muss nicht wundern dass es gerade so leckten aber wir haben Strom mangel ich merke nicht ich wollte es ja nur sagen so da kommt die nächste Kandidatin für Norwals Todesstrafe die nächste Kandidatin ich weiß auch nicht wenn er da gefunden hat Bille ich bin aber immer noch keine Sie ich bin immer noch nicht die Pille Bille hat er glaube ich gesagt Bille 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 das hat jetzt einfach nicht gehört oder überhört ich Bille nachher gut die Spinnen wohl die drei Jahren Prozent weil wir uns mal kurz ins Bett verlieben wenn das Nanos aber später aufgeladen nicht weil dann kann ich Prozent 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 wer das Nanos aber schwer ist es jetzt schon fast zum Dreiviertel voll ach so dann kann er hat irgendwann Zeit für mich jetzt ist es zum Dreiviertel voll okay oha und es ist voll so jetzt hier die Fackel entfernen und dann begebe ich mich jetzt auch ins Bettchen gut ach so ja okay okay die amorten jungen die wurden die die 8 da wo es sei bei Peck werden wenn er was denn bei Papst da wo es sei bei Peck denn und das nur weil du Pfeife uns nicht gesagt hast, dass wir hier noch Glowstone Dust haben. Lare Lippe, guck mal, ich hab einen geschehen für dich. Ja, ein Schraaten. Ja, ein Schraaten. Ein Arschloch. Sam, Spinnen, in your face. Ja, du schuldest mir zwei Nanosauber-Schwerter. Ja, den hab ich nicht. Oha. Na, wo soll's hier denn sein? Wo soll's sein, ne? Na, da unten? Ne, jetzt nur Nanosauber-Schwerter. Ach, das waren schon mehr als drei Sekunden. Jetzt gib mir das Schwert wieder, sonst stirbst du nochmal. Und stirbst du eines... Eierlandern so, oder? Ich hab den nicht. Wer hat die sonst? Wer soll ich das wissen? Vielleicht hat ein Waren Lippe ja aufgehoben. Alter, da geht zwei Diamanten drauf. Au! Snowball, wo bist du? Da bist du. Hier draußen. Hier, ich geb dir mal ein schlagfertiges Argument. So, das finde ich. Damit du hier jetzt endlich mal... ...erden kannst. Warte. Guck mal, da ein Vogel. Ich seh nichts. Okay. Guck noch näher, guck weiter dahin. So, jetzt, jetzt ist es weg. Also, bitte. Ah, ja. Na, du hast gerade zwei Diamanten in den Himmel geschossen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, hier wird das vorhin, hier in den Himmel geschossen. Den da, den Nikos Branch. Ja, der... Die findest du mich. Ich laufe dir die ganze Zeit hinterher. Der lag hier mal im Inventar rum. Nico, du Idiot. Ausräumen. Das ist ein Weiten, Creeper. Wieso ist ein fucking Creeper? Das hat sich gerade repariert. Wieso war hier ein Creeper? So, jetzt ist mein Laser. Shet an. Warum war da ein Creeper? Weiß ich nicht. Guck mal da, vom Himmel ist er gefallen. Na, bist du verrückt? Doch nicht direkt drauf, Mann. Kannst du eigentlich zählen? Hast du eigentlich Augen im Kopf? Nein. Da sind drei nach oben. Da ist eine Schicht, äh... Cleaner-Handstone. Alter, ich brauch erstmal die Materialien, du. Ja, so geht's zusammen. Hm. Ich hab gleich etwas, was mach ich jetzt? Ich glaub... Ich schicke aus dem Steuergeräusch, ein Brauenvertränke. Ja, ich wüsste, die Tränke, ich wüsste, die aufgaben. Ich wüsste, die Lüge. Ich wüsste, die Tränke, ich wüsste, die Tränke, ich wüsste, die Tränke, Nögel, oder? Da ist alles sehr gerne. Ich wüsste... Oh, da... Oh, dann... Oh, dann... hör'n doch ein Slash! Hör auf, rum zu Nölen und in die ins Blanch. Nein. Ich wüsste, die Tränke... Weil sie... Ich wollte jetzt erstmal eine... große Kiste machen. Wo ich dann so einmal alle Tränksorten reinmachen können. Oh, wer das denn hier schon war? wieder kaputt gemacht kann man das zu raten Niko Bieter und mir ist ja so mittlerweile fällt du machst es ist kaputt Niko macht Häuser kaputt Alta ich dachte ich eigentlich kaputt wenn der Rösschiff Fakim Kripp auf einmal kommen und dieses Scheiß dann dann nicht so welche Ausdrücke welche Kraft ausdrücken kannst du wollen wird es gebrauchen der Straße gut der Wunkehrmaschine den Dreck auch weg macht machte das nicht über die Wunkehrmaschine um irgendwas wollte ich ein Juhu Hör ich habe ich hoffe deine Form macht ihr nicht ganz so viel Essen ähm killen wir chillen schon den ganzen Tag wie gesagt äh du hast die Töne schon richtig gemacht die 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 Kühe machen auch gleich wenn sie mit meinem Launus aber Schwert hingerichtet werden aber nein in Kontakt kommen in Kontakt treten einmal ganz kurz hier ich kann euch nochmal sagen diese Baumwollpflanzen die wachsen nur nach wenn ihr sie mit einer Sichel aberntet er wird sie denn schon wieder ich weiß es nicht ich ist das alles neuland um den Baumwollpflanzen also Nico da rechts fehlt noch eine Leiter und da ist noch klar es ist halt steht wo ist denn die nicht solche Kraftausdrücke so das reicht die kann man hochgehen aber dann kommt das Konzept nicht ganz überweist schon es aussieht ja scheiße aus als die Wester nur einfach disconnect ist und die Fresse hältst er wollte mich verarschen was er nur unterbrochen auch da wird sagen ich dass mit der Kippen ich weiß nicht bei mir kamen Weitings Socket Error Ok Ok dann sind nur noch wir drei achso ok aber ich wollte eigentlich sagen wahre Nippe und ja Snowball ich bin auch noch da wollen wir auch aber warum hey dann darf halt also der gute Nippo ich weiß nicht wahrscheinlich hat sich sein PC aufbauen also äh nein so ruhig ich weiß ich habe gesagt ich hatte mal vor 2.9 weil ich hab's nicht mehr reinkommen ist aber Nya 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 ich war jetzt nicht schwer geredet haben wir Fäden die Baumwollfraben die wurde ja eiskalt abgeplantet und nicht mit einer sichel hier warte ich hab gehen die beschädigte Röhrer ohne sicher die Welt da das ist die jetzt Prozent komplett abweisen kann Ich werde gern mein Nano-Sammerschwert einmal ausprobieren. Hier sind Kühe und ich habe Hunger. Wie wäre es mit Fischen? Als Hunger. Die wären auch vernünftig. Also die könnte ich auch dann Infinity machen. Fische. Ja? Fische, ja. Nur wie? Ja, auch mit so einem Teil. Das funktioniert dann aber besser. Das ist automatisch angehört. Aber wir haben so viele Kühe. Gut, dann brauche ich... Ach, ich gehe einfach mit der Muskete rein, dann sind sie weggezogen. Das ist voll die Eisenverschwendung, wenn du das mit der Muskete machst. Dann gehe ich hier mit dem Nano-Sammerschwert rein. Das wäre noch okay, ja. Dann sind die Kühe voll gesammert. Du bist sowas von unlustig. Ich weiß. Aber als ob du lustig auch wärst... Ah, naja. Aber ich sag, boah, lustig wär. Witzender war so gut, dass er dich dann dissen möchte und sich total verspricht. Ich sag ja wenigstens nicht flache, Witzender. Meist du? Deine Witze haben kein Niveau. Deine Gösse ist echt nicht. Klar, das sind flache Witze. Aber unlogisch. Das ist dir unlogisch. Weil du sie gesagt hast. Ach, weißt du was, Nico? Manchmal ist man der Baum, manchmal ist man der Hund, aber du bist der ganze Wald. Ach ja. Ach, zwei Eimer brauch ich auch noch. Ja, das ist nicht das Problem. Das ist nicht das Problem. Wenn es nicht das Problem ist, dann ist es alles. Wenn es nicht das Problem ist, dann heißt es bestimmt, dass der RMS-E wieder hochgegangen ist. Buh! Nein. Ich kann es nur so ein bisschen. Auch nicht. Nico wissen das jetzt im Lager. Können wir da irgendwas reinschmeißen? Du schon mal gar nicht. Okay. Fragen kann man ja mal. Immer ein bisschen. Awesome. Steak. Steak. Amnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnam. Es ist dunkel, ich hab Angst und dunkel eine Zeit geschlafen. Ich war auch dafür. Keine Zeit. Hm. Ich glaube, wir müssen mal eine Nachtschicht einlegen. Also, Nico, du hast also keine Lust dazu? Nein, ich habe keine Zeit. Parolepo, kommst du rüber. So, ja. Ich dachte... Ich dachte dann doch nicht, aber okay, gut, gut, natürlich. Hallo, hier oben! Hier oben, hier oben! Also, ich bin jetzt von so Tobi. Welcher verrückte Typ hat in die Holzkiste Steintreppen und Leben reingetan und... Ja. Hä? Ich auch nicht verstehend. Wer hat in die Holzkiste eine Steintreppe gelegt, er fahrt zu Ende und hat noch Leben reingepackt? Hm? Den kann ich gebrauchen. Aber das klären wir im nächsten Part. Das! Und noch viel mehr. Alles! Bis dahin! Und tschüss! Und alle durcheinander. Tschüss! 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 Süß!